hallo liebe zuschauer hier auf youtube heute sind wir wieder in dem geschäft bei dem wir unsere honda cb 500 f gemietet haben wir haben jetzt das motorrad gewechselt war mir einfach für den hintern zu unbequem es war einfach zu hart so jetzt haben wir ein ganz anderes fahrzeug nämlich hier einen roller das ist der kümko 300 super dings oder so ähnlich so und wir befinden uns hier in dem geschäft ace moto rent auf lanzarote hier ist mein freund didi und neben uns steht jetzt der besitzer dieses geschäftes er vermietet tagtäglich an touristen aber auch an einheimische verschiedene motorräder und wir wollten ihn jetzt einfach mal ganz kurz fragen er spricht auch englisch deswegen machen wir das jetzt auf englisch statt auf spanisch einfach damit auch ihr das nachher besser verstehen könnt ihr name louis hallo louis hi how long do you have this this shop and what is exactly your function well my function is a renting bikes and all kind of bank they have 125 cc to a couple of heavily davidson's and it's a this business is working for two years almost you're here since two years yes lovely so what sort of people rent your bike only tourists or the the own their own citizens it's every kind of people some bit of some during a lot of tourism some local people that wants to enjoy the ride of a bike just for sunday or for a weekend okay cool so we are here in our receive and how do the people find you only by the name on the door or do you have any other advertisement i usually well i have some advertisement in the hotels or master people where's by google looking at google with the searchers